Hallo zusammen, mein Name ist Oli und ich bin Automatikmodell im dritten Lehrjahr. Ich arbeite bei Birger Schalterlagen und möchte euch gerne einen kleinen Einblick geben in meinen Alltag. Kommen Sie doch mit! Mir, Birger Schalterlagen, vertraut von der Wohnungsverteilung bis zur Rabostation alles im Haus. Was wir hier bei Birger Schalterlagen angesprochen haben, ist der Kundenkontakt, dass wir auch geistig und körperlich am Ende des Tages fordern durch. Egal ob du am Morgen früh aufstehst oder später musst du länger arbeiten, dank der Gleitzeiten kannst du deine Arbeitszeit nach der Freizeit berichten. Wichtig für unseren Beruf ist, dass du praktisch anpacken kannst, treibliches Vorstellungsmögen hast und dass du gut im Team arbeiten kannst. Ich hoffe, das Video hat einen kleinen Einblick gehabt in meinen Beruf und unsere Firma. Und wenn ihr Interesse habt, bewerbe ich mich jetzt. w сделал. Mein Glaber Schalter pirates Life und Shast bcież! Bis zum nächsten Mal. Number predicted ств глуб него. Ich Extra, die kann uns amあっ! Stunden Middessen und dass die R essen im ersten Jahres. Wir waren bei Gleitzeiten. Für uns ist frischo als Jund zumindest. formingweis für die Rуемs gostpersone über som ist. Jund Quellegektaus die Pookt~!